Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit und genauso lange schon sind wir erfolgreich am Markt. Wir bauen Häuser und entwickeln Wohnraum in den allerbesten Lagen. Unser Name steht für Zuverlässigkeit, für höchste Qualität und für perfekte Planung. MMP. Nicht umsonst sind wir der Marktführer für gutes Wohnen im Bergischen Land. Mehr als tausend zufriedene Kunden haben uns ihr Vertrauen geschenkt, damit wir sie sicher ins eigene Zuhause bringen. Und die Zahl unserer zufriedenen Kunden steigt von Jahr zu Jahr an. Wir haben uns gefragt, woran liegt es, dass wir so erfolgreich sind? Verhilft uns der Spürsinn für die absoluten Toplagen dazu? Liegt es daran, dass wir immer die neueste Computertechnik in der Planung einsetzen? Ist es unsere konsequente Zusammenarbeit mit externen Gutachtern für jede Baumaßnahme? Oder ist es der Punkt, dass wir nur mit den besten Zulieferern zusammenarbeiten? Tatsache ist, wir arbeiten mit den besten Zulieferern zusammen, die es hier in der Region gibt. Das beginnt bei den Architekten und Ingenieuren. Handwerkerleistungen lassen wir nur von den besten Unternehmen ausführen. Tatsache ist, wir arbeiten von Anfang an mit einem vereidigten Sachverständigen zusammen, denn wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden sind. Tatsache ist auch, wir planen und entwerfen mit Hochleistungskomputern, damit wir die Sonderwünsche unserer Kunden schnell in die Planung einarbeiten können. Tatsache ist, wir schaffen generationsübergreifenden Wohnraum, denn wir planen barrierefrei. Und Tatsache ist, wir planen und bauen nur in erstklassigen Lage und nur auf erstklassigen Baugrundstücken. Also die MMP ist dafür bekannt, ihre Grundstücke in einer Top-Lage anzusiedeln und in den Fachkreisen sind sie auch für die Sahnestücke oder Sahneteilchen bekannt. Als Sachverständiger ist natürlich in dieser Konstellation der Vorteil von dem Rohbau her, weil wir derjenige sind, der den Rohbau erstellt. Und das wird durch meine, durch meine Tätigkeit als Sachverständiger bewacht, begleitet, überwacht, sodass man hier also Gewährleistungsschäden ausschließen kann. Vielleicht ist es ja all das zusammen, was unseren Erfolg ausmacht. Denn unser Leitbild heißt, wir sind am Bau mit höchster Qualität für unsere Kunden da. Unser Konzept, wir bauen ihr Zuhause für alle Lebenslagen. Sie können in unseren Häusern mit dem Aufzug direkt vom Parkdeck in ihre Wohnung fahren. Unsere Kunden schätzen diesen Service. Sie können während der Planungsphase die gesamte Innenaufteilung aktiv mitgestalten. Denn für ihren Traum vom Wohnen sind wir da. Oder ist Erfolg vielleicht doch einfach nur reiner Zufall? Von der Bauphase angefangen bis zum Einzug. Einzugstermin hat gestimmt, ganz exakt. Ich kann also nichts Nachteiliges von dem gesamten Bauprojekt sagen. Das deutet ja auch darauf hin, dass ich noch was gekauft habe. Das hätte ich ja nicht getan. Und ich habe auch einen guten Bekannten von mir im Fanthaus empfohlen, dass er jetzt im September bezieht und der auch vollkommen zufrieden ist. Es ist eben kein Zufall, sondern harte Arbeit, die uns den Erfolg bringt. Die Menschen vertrauen uns, weil wir fair und transparent arbeiten. Weil wir zuverlässig sind und keine falschen Versprechungen machen. Weil wir genauer sind als alle anderen. Und weil wir ihren Anspruch von Wohnen ernst nehmen. Ein Vierteljahrhundert ist eine lange Zeit. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. So wie es mehr als tausend zufriedene Kunden bereits getan haben. Setzen Sie auf den Marktführer. Setzen Sie auf MMP. Ihr starker Partner. Auf dem Weg zu Ihrem Zuhause.